Herzlich Willkommen im Krug zum Grünen Kranze. Unser Biergarten und Restaurant direkt an der Saale ist seit Generationen Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern. Der Krug eignet sich hervorragend für familiäre Anlässe und für Gruppen verschiedener Größe. Sie planen Ihre Festlichkeit bei uns? Wir beraten Sie professionell zu allen Fragen rund um Ihr Event. Seit über 200 Jahren kehren hier berühmte Gäste ein, um den malerischen Blick auf die Burgruine Gibichenstein zu genießen. Historische Stadtansichten und authentische Darstellungen hallescher Originale lassen Sie eintauchen in längst vergangene Zeiten. Heute steht der Krug für hausgemachte deutsche Küche mit gehobenem Service. Wir haben ganzjährig ab 11.30 Uhr für Sie geöffnet. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.